Zunächst einmal muss ich sagen, ich bin zufrieden mit dem Auftreten, wie wir hier unser Testspiel nach einer Woche Vorbereitung gestartet haben. Beide Halbzeiten waren wir sehr, sehr aktiv, waren mutig nach vorne hin. Wir haben nach einer intensiven Trainingswoche auch heute schon die nötige Aggressivität gehabt. Wir haben Tore wunderbar rausgespielt, viele Balleroberungen, einen Torschuss nur zugelassen. Dementsprechend bin ich Stand jetzt mit dem Spiel zufrieden. Das Spiel ist erstmal die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, wie jeder Einzelne sich präsentiert hat. Wir sind jetzt in einem Leistungsbereich, wo es darum geht, Leistung zu bringen. Ich habe 22 Spieler, aber nur elf Plätze und dementsprechend können sie ja selber zählen. Es ist dann auch ein gewisser Druck vorhanden. Aber nichtsdestotrotz, die Jungs haben das wirklich gut gemacht, haben die Aufgaben den Gegner angenommen und dementsprechend ja nochmal bin ich damit zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.